Und dann noch ein Veranstaltungshinweis, und zwar wir als Open Commons veranstalten in Kooperation mit Servus eine Führung durch das Data Center der Linzer AG und laden euch ein mitzukommen. Das ist am 17. Oktober ab 15 Uhr. Wir haben 15 Plätze insgesamt. Mehr dürfen nicht auf einmal ins Data Center. Anmeldungen können bis nächsten Donnerstag, 10. Oktober an Open Commons at Linzer AG geschickt werden oder im Anschluss gleich bei mir melden. Da zeigt schon jemand Interesse. Sehr schön. Genau, also 15 Plätze haben wir frei.